Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Die in der Alpha 13 mit der Staffel Irgendwas, bei jedem ist es unterschiedlich. Mit dabei die üblichen Verdächtigen, der Jack Fleischhammer. Guten Tag meine Damen und Herren. Der Bodan. Hi, grüß euch. Und die Seren Dippidi. Hallo. Hallo. Falsch. Falsch. Neue Folge, neues Glück. Ne, ich falsch. Wo waren wir eigentlich? Im Bunker. Im Bunker. Ja. Wir waren im Bunker, ja. Wir haben zuletzt, glaube ich, einen Airdrop gefunden. Ich habe die Tablette unten abgelegt. Oh, ich bin jetzt, fällt auch gerade mal auf. Ich muss mal Tablette nehmen. Wie sieht es bei euch aus mit eurem Körper? Also meiner ist durchschritten, stahlhart. Super, super. Mein Körper auch. Ich ranken und schlank immer. Mein Körper ist ein bisschen warm, aber ansonsten. Ich habe auch mal die Sachen ausgezogen beim Arbeiten. Ja, wir sind, äh, blö, blö. Genau. Blö, blö. So sind wir. Blö, blö. Sind wir auch nicht an einem, äh, verbrannten Gebiet? Oder verwechselst du das gerade wieder mit einem Stream? Ne, 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 uns ist sowieso. Ne? Ja, alles klar. Waren hier. Mhm. Aha, aha, aha. So, was ist mit Heid? Wie sieht es aus bei Heid? Hat jemand Heid? Aha, aha. Okay. Guck mal unten in die Kiste, ich denke. Ich bitte dich. So kriege ich nicht arbeiten. Ich entferne die Glutnester vor der Tür. Das ist ja dein Problem. Das ist gut, ja, stimmt. Verbrenn dich nicht, Minias. Glutnesterentfernung. Ohne Axt, mit der Faust. Mit der Faust. Geh fort. Lass mich in Ruhe, Mann. Mach mich selber in Ruhe. Frau. Ich hab so viel Scheiß schon wieder hier in der Tasche. Mach die Klappe zu. So, Heid. Nein. Okay. Heid. Untouched. Nein. Nein. Ich räum hier mal auf. Ups. Was? Du räumst auf und wir brauchen Kisten, ne? Ja, wir brauchen Nägel. Hast du die Heid gefunden unten? Haben wir schon. Eine Forge hat man in der Hütte davor, ne? Ja. Wir brauchen eine Forge. So sieht's aus. Wir brauchen Heid. Ich brauche Heid. Hat jemand Heid? Nein. Guck unten in den Keller. Da ist eine Kiste Heid. Ich guck, wo in welcher Kiste ist Heid, ne? In der Eingangshalle. In der Eingangshalle in der Kiste ist Heid, sagt er. Ja. Machen wir da mal auf. Gucken wir da mal rein. Und entdecken Heid. Okay. Sehr gut. Warum ist der ganze Kram hier eigentlich noch nicht gelootet? Welcher ganze Kram? Wie kommt man zu nix? Der hier liegt. Draußen im Hof. Wir kommen zu nix. Wir kommen zu nix. Gesundheit. Auf mich jetzt wird geschossen. Ja. Achtung. Mein Querschläger. Seidens. Bellow. Genau. Bellow. Da beschwert sich auch nicht mehr. Haben wir schon Bellow? Nee, oder nicht? Bellow. So. Ich entferne jetzt erstmal alle gefährlichen Sachen. Das ist bei Greinke. Alle geschwählten Schwierigkeiten. Steinaxt, Zombie, Feuerstelle und Wicht sind für kleine Minias nichts. Minias nichts. Forge, 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 Forge. Gut, ich mache eine Forge, denn. Hast du schon? Gut, haben wir es eins. Wir haben 18 Uhr. Alles klar. Da lohnt sich das rausgehen ja gar nicht mehr. Haben wir eine Home? Nee. Sie haben die, wo wird sie Forge denn? Haben wir eine Küche? Oh, warte. Ich komme runter. Nehmen wir nicht. Oh, oh. Müssen wir aber erst umstellen. Also das kommt hier. Warte, warte. Moment, Moment. Machen Sie nix. Warten Sie. Ich gebe Ihnen Instruktionen. Instruktionen. Ich würde sagen, nächsten Tag sollten wir auch mal einen Ausflug machen, oder? Ausflug, jawohl. Steine. Warte, ich habe. 50 brauche ich. 50? Ja. Guck mal, ich gebe dir 235. Kannst du mir mal was anziehen? Was ist das für ein Deal da? Warum denn? Ich halte dir meinen nacken Arsch ins Gesicht. Ich will 50. Okay, ich gebe dir 235. Genau da fängt der Harmsseite tompeln an. Guck mal, ich twerke jetzt für dich. Oder wie das heißt. Was macht ihr? Du solltest üben noch. Ja. Das möchte ich auch. Das war der Harlem Shake. Das war jetzt, ja. Ich glaube, der Folgenname ist bereits, äh, ist fest. Harlem Shake. Weißt du, was das geht hier? Okay, ich glaube, alle gefährlichen Blutnester um das Haus rum entfernt. Sehr gut. Müsste unseren Zickzackgang noch ein bisschen verbessern, oder? Ich habe gerade Spikes in der Schleife drin. Ich auch. In der Schleife? Ach, das ist kein Raw Meat hier. Raw Meat. Oh, wir haben richtig was zu essen. Ja. Das ist ja nicht mehr. Hier und dann nochmal nach links hätte ich. Oder wir gehen wie um die Ecke. Nee, wir gehen hier wieder um die Ecke. Gehen um die Ecke, okay. Oh nein, gehen nicht mit Minas um die Ecke. Was? Oh mein Gott. Komm mit mir um die Ecke, wo dann? Ich muss mich mal angucken. Wollen wir mal, das sind zwei, dann sind es hier drei, oder? Genau. Ja, so muss es passen. So. Fülle auf, auf, mehrfach. Ich mache mehrfach und du. Ich habe so ein kleines Hünderchen, ich esse jetzt mal was. So zwischendurch. Ein Dingerchen. Das magst du jetzt Jogol aus in der Werbung. Ja. So. Und ein kleines Döschen habe ich auch, jetzt sauber ich mir einen. Ich trinke jetzt ein Bier. Ach Gott. Ziehst du jetzt ihn an, weil wir müssen mich... Ja, und das kann ich euch nicht mehr ertragen, was? Ich muss dich jetzt schön trinken. Ich muss dich schön trinken, ja, da hast du recht. Ich weiß nicht, ob das jetzt okay ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt okay ist, weiß ich jetzt auch nicht. Nein. Lass dir fertig fahren. Du kommst ja, ne? Hier setzt mal auch eine Schlafsäcke nach drin, falls hier irgendwas reinkommt. Habe ich schon. Aber die andere zwei Jungs nicht. Doch, doch. Lass mich raus. Ne, 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 ne. Aber hundertprozentig nicht. Du kommst mir hinterher, ne? Übrigens, es kam in den Kommentaren, wir sollten nochmal die, ähm... Ja? Eigentlich den Zaun wegmachen und das dann durch eine anständige Mauer ersetzen. Ja, das machen wir auch. Ja, das habe ich auch gesagt. Aber ich habe ja in den Spike gesetzt und es ärgert mich jetzt schon wieder, dass mich keiner abgehalten hat. Nein. Minas, wie sollen wir dich denn abhalten? Stellenweise ist es doch relativ schwierig, dich überhaupt irgendwie zum Reden zu bewegen. Zu erreichen, ne? Zu erreichen, genau. Und du bist doch schwer zu erreichen, letzter Teil. Heißt immer nur... Und du hast in dich gekehrt und machst einfach deine Sachen. YouTube. Ja? Ich bin YouTube. Soll man das sagen? 30 Mal angerufen. Achso, wir hatten ja noch gar keinen... Ach doch, hier, jetzt gleich haben wir, ne? Was? Jetzt hat gleicher. Was denn? Was haben wir denn nicht? Du bist ja auch bald bei den Halbsätzen. Das ist ja fantastisch. Sehr wie beim Fleischharm und mir. Beim Fleischharm, ich denke, man muss da auch... Ich würde jetzt mal fast behaupten, das liegt in der Familie. Ich nehme nur mit Mundschutz. Und dass diese Krankheit ansteckend ist. Jackie ist Familie? Äh, nicht. Na ja. Ja. Kudegs-Familie. Hirnstutz-Familie. Ja, das stimmt. Ja. Okay, haben wir es hier eins zu breit? Oder ich... Ne, 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 ne. Hauptsache, dass die Ecken wieder... Nein, 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 nein. Den Tippe, die hat ihr getrunken übrigens vor der Aufnahme. Da sind sie ein bisschen drauf. Ja, natürlich. Anders kannst du dich ja nicht mehr ertragen. Aber das war eine Empfehlung der Zuschauer. Also immer eine Stunde vorher. Sie trinken auf. Ich wollte trinken, unauffällig. Übrigens, bevor die nächste Horde kommt, oder irgendwas, dann Munition bei mir abholen, bitte. Zu was? Für Arrows. Arrows. Ah, Arrows. Kommst du durch, oder? Hier kommst du durch. Ja, natürlich. Eigentlich dank dem... Bist du unten, Jackie? Ich bin oben. Tracke mich. Du hast mich getracket. Hab ich dich getracket? Ich muss I. Und diese Lippe, die hat noch meine Freundschaftsanfrage nicht angenommen. Ach ja, Unschuldigung. Niemand hat eine Freundschaftsanfrage angenommen. Okay, Fleischhammer ist grün. Da. Passt doch. Komm, ich bin wo? Dann war ich schon befreundet. Bitte. Was? Mit dem Wodern war ich schon befreundet. Wir haben 20.09 Uhr. Jetzt muss ich zu dir rennen, trotz der Gefahr, die dort draußen lauert. Ja, das ist immer ein bisschen Gefahr mit bei. Wenn man Fleischhammer besuchen will. Haben wir irgendwo Wasser in der Nähe? Haben wir hier irgendwo ein Wasserloch? Ja, da ist ein Wasserloch. Hau ab. Aber wie spät ist es denn? Ich hab den letzten Schlag dir gelassen. Hast du? Hast du gelegt? Licht, ja. 74 Pfeile, ja. Aber ich mach mir mal einen neuen Bogen, weil meiner ist nicht mehr so, nicht mehr so ganz. Oh komm, geh hoch. Geh doch hoch. Komm, ich mach mir mal. Du Tussi. Ja, ich geh jetzt. Woran liegt es denn, dass ich mir keinen zweiten Bogen machen kann? Was ist denn das? Hast du hier einen Bogen hingeschmissen jetzt? Ja, ja. Das liegt hier auf dem Boden. Bogen. 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 Weißt du, was es hier nicht gibt in dem Gebiet? Erzähl es mir. Wasser? Gras. Okay. Doch. Na ja. Getrocknetes Gras. Das reicht doch. Das ist nicht zu viel, aber... Drittklassiges Glas. Gras. Gras. Drittklassig. Hauptsache Gras. Ja, welche Klasse. Du bist doch ja, welche Klasse du bist. Hauptsache Gras. Das ist schon getrocknet. Das ist doch ein Pluspunkt. Eben. Brenzfässer. Immer schön. 20, 43. Birdnest. Birdnest. Ja, birdnest. Ich habe gelootet, die Birdnest. Macht ihr die Norden weg. Die Südenholzzaun. Okay, ich pflanze hier schon mal ein paar Blaubeeren. Aber dann müssen wir eben die Stachel wieder wegschlagen, oder? Oder wir machen den Garten kleiner, aber das ist auch immer blöd. What the fuck are you talking about? Der Zaun. Innen drin habe ich auch Spitzen gesetzt, weil ich dachte, wenn es sich nicht mehr hat. Ich will, die müssen wir dann einfach irgendwann mal wegschlagen. Jetzt würde ich es so lassen. Ja, sag ich ja. Na, na, na. Ich will es. 112 Pfeile. Ist ja geil. Will noch jemand einen besseren Bogen? Ich habe einen Bogen 32. Ich weiß nicht, ob das gut ist jetzt im Verhältnis. Ich bin bei 81. Ich bin bei 37. Jack, könnt ihr mir einen machen? Ich bin bei nichts. 81? Ja. Ich habe vorhin einen Vorderaufnahmen. Das ist auch nichts anderes außer Bögen, ne? Ich bin, ja. Du hast wieder außerhalb der Aufnahme Bögen gecraftet. Ja, klar. Das gibt Mecker. Was ist denn dabei? Da kann man doch mal ein bisschen vorraten. Ja, das ist Cheaterei. Das haben wir schon mal gesagt. Das ist Cheaterei, Miniatur. Ich meine, du hast Abmännrecht auf dem Server und, ähm. Ich habe überhaupt keine Rechte auf dem Nürnens. Wie läuft man eigentlich zu Server heute? Oh, ich bin bei 5. FPS, oder? Nein, beim, ähm. Mehr als sonst. Beim. Beim. Bogen craften. Bei 5. Ja. Das ist toll, ne? Ja, läuft bei dir. Läuft. Dafür bin ich bei der Axt schon bei 48. Wir haben doch immer noch keine Wasserstelle, oder? Kann das eine machen, wenn du willst. Wasserstelle? Wart mal. Doch. Nein. Und zwar habe ich doch euch einen Dümpel. Haben wir einen? Ja, einen Dümpel. Ach, hast du ja. Stimmt, warte. Ein Dümpel, ein Dümpel. Holz, 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 Holz. Nee, der ist weg. Der ist was? Hab ich auch nicht drin, ja. Ja, ich hab nichts mehr drin. Hey, schau mal, kommt aus der Richtung. Aus dem Dümpel, aus der Dümpelrichtung. Aus der Richtung des Dümpels. Dümpel. Hier nicht so rum. Warte, ich baue hier nochmal eine zweite Etage ein. Achso, Wasser. Dümpel. Ich hab jetzt mal markiert, Dümpel. Layern, Dümpel. Eigentlich heißt es ja Tümpel. Show on Map. Ah, alles klar. Nein, jetzt ist ein Dümpel. Tümpel. Ach, das ist ein Dümpel. Ein Dümpel? Das ist noch kleiner als ein Tümpel. Ah. Das ist ein doper Tümpel. Ist ein Pümpel. Das Wort für die Folge ist jetzt schon raus. Nee, nee, das war Harlem Shake. Nein, nein, das gibt die. Das war die. Das stimmt, twerking. Nee, das war, so heißt meine Folge. Twerk. Oh, die Frau sichert die Hütte ab. Was? Das glaubst doch nur du. Ich stehe doch hinter dir. Das sieht nur so aus. Ich baue hier nur noch eine weitere Frage ein. Okay, ich mache die Zombies eigentlich. Ja, die kommen gerade ein bisschen. Ammonation Book. Ein Night Get. Olle Chip kann der Fleischhammer nun. Ach so, wolltest du eine Axt haben? Hier, 50 habe ich. Danke. Mann. Es ist 23 Uhr. Zombie sterben. Pst, zerruhig. Oh je, da sind sie. Wer ist das? Ist das ein DPD? Was? Was ist das? Was denn? Mach die Tür auf. Was denn? Mach die Tür auf. Ich mache doch gar nichts. Ich tue es doch auf. Viel zu hart für den Fleischhammer. Was ist denn jetzt für eine Panikwarte? Was wollten ihr von mir? Was stimmt denn mit euch nicht? Ja. Soll ich hier einen Leiter rummachen, Sende Bidi? Ja. Soll ich hier einen Leiter rummachen? Das war ich. Das ist ja geil. Hier, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Hab da gut gemacht. Siehst du, was eigentlich mit meiner Lampe funktioniert nicht mehr. Meine geht auch nicht. Aufsetzen, absetzen. Weiß ich nicht. Probieren wir mal. Lampe ist wieder an. Lampe an. Was ist die jetzt an? Das ist die an, die Lampe. Ah, da ist sie. Hat die, die hat einen Wackelkontakt, ne? Die hat einen Wackelkontakt, ja. Da gehen wir an die Seite. Ich muss mal da eine Leiter setzen. Ich würde gerne hier draußen mal sehen, was die Zombies machen hier. Ja, dann kannst du hochgehen, hier. Ach, du bist draußen. Ich bin draußen, ja, ja. Ach, du bist, du bist ja gar nicht Wodan. Nee. Ach, da ist er. Oh, ich bin oben. Ah, Jackie, ich seh dir. Die sollten da draußen noch relativ leicht kaputt gehen, oder? Na guck, er ist schon tot. Ah, cool. Mit Ausguck. Nice, wie er da oben steht. Hast du dir wehgetan gerade? Wodan, das müsste der Untermieter sein. Ich bin's, der Bettmann. Aber das ist gut, oder? Zieh mal mit an, ey. Ihr seid alle nackt immer. Ja, weil schon zu warm ist, zu warm. Zu warm ist zu warm. Ich zieh mal meinen... Guck mal, Jackie, weißt du, was ich für dich hab? Was denn? Ruck mal an, ja, pass auf. Ich darf mal anfassen, oder? Jetzt. Ah? Ich seh's nicht. Du hast keinen Anzug? Ich hab... Was hab ich denn? Nee, dir nicht, hab ich nichts gegeben, was ich jetzt angezogen habe. Du hast den Stand. Domina-Anzug. Danke, Wodan. Achso, weiß ich doch nicht. Sorry, musst du ja nicht. Alles gut, ja, ja. Nicht schon gut. Wir kriegen hier nur Besuch von Kriechernöl. Ja, ja, nee, die Beine sind schon abgefallen vorhin. Sag mir mal noch, das sind die, die als erstes gekommen sind. Ich finde das ganz gut. Also, mit den Spitzen müsst ihr eigentlich gehen. Und da es keine Gorblocks gibt, haben wir ja auch keine Sorgen vom Wegräumen her, ne? Absolut. Was denn das Wasser reingemacht? Sehr gut ist das. Ganz rechts im, ähm... Was sagt einem in meine Forge? Dein Kreis. Okay. Dein Rücken ist ja frei. Du bist rückenfrei. Ja, das ist halt, das ist, ähm, Hulk auf dem... E-Lord Fleisch, aber. Was nüsst du auf dem Street-Jay? Ich würde ja gerne die an den Treppe hier rausschlagen, aber... Was? Was denn? Was? Ich habe das gesagt, ich wollte nur an den Forge. Ich wollte die Forge machen. Nee, die kannst du nicht anfassen, da bin ich gerade dran. Die ist zu hype. Eine Weile. Was? Willst du mal anfassen, Sani, die habe ich verstanden. Was machst du mit meiner Frau, Fleischhama? Ich will es mal. Ich will es mal auf jeden Fall nicht, gesagt. Hier sind noch Potato Seeds. Wie lange will sie jetzt hier in die Dose ankommen? Ja, ich stehe hier noch. Ich gucke keine Dose an. Was ist los, ne? Ich bastel hier, ja, Leute. Warte, du meinst das Kleingedruckte? Richtig. So, jetzt. Don't bring your knife to a gunfight. Aua. In dein Eingeweide. Ins Gesicht. In ihren Arsch. Oh, schwierig. Hat jemand hier 600 Holz im Indien? Hast du schon an, oder? Ja, ich habe die anderen 2000 drin bei. Okay, alles klar. Oh man, Nacht ist immer... Nacht ist immer so langweilig. Denn nachts sind alle Katzen traurig. Weißt du, was wir machen können in der Nacht? Ich habe ja so eine Idee. Erzähl dir mir. Was denn? Spannende Sachen. Am dicken C spielen, oder was? Am Toten C. Ah, geile Idee, ja. Oh man. Eigentlich noch irgendwas... Haben wir nicht Eisen? Haben wir nicht Eisen? Haben wir ja. Da hast du ein Eisenbezagter.de. Was macht der denn? Ne, sie muss erst den Anvil machen. Der ist in einer Minute erst fertig. Ne, du brauchst keinen Anvil für Eisenbarren. Ne, Eisenbarren nicht. Geh mir mal aus dem Weg, Wodan. Raus auch zum Craven von der Eisenspitze. Hacke doch kein Ding. Ja, jetzt ist er aber schon 30 Sekunden. Ist er gleich fertig. Hä? Ich habe den Bock gehabt. Einmal mit Profis. Was stimmt denn mit dir nicht? Ja, ich weiß auch nicht. Was habe ich denn überhaupt für den Ding? Ich hacke den Dresor nicht auf. Das wären die Zuschauer wahnsinnig. Dann laufe ich lieber ein bisschen sinnlos rum. Du meinst ernsthaft, dass die Zuschauer das noch stört? Dass du da ein bisschen... Du brauchst du nix machst. Du brauchst Klee langfristig noch gesehen, ne? Ein bisschen mehr Klee. Klee haben wir noch irgendwo in den Küchenschränken liegen. Wie das so ist. Habe ich halt vorhin da drin versteckt, ja. Ist gar nicht so weit weg. Da gibt es so eine Klee-Ade. Sag mal, in welche Richtung ist eigentlich dieser Lüftungsschacht? Der müsste doch hier oben, überall sein, in der Küche. Guck mal hier. Das heißt, die kommen auch hier eventuell raus. Die kommen da nicht raus. Hundertprozentig ist das Ding sicher. Ja, wenn, dann buddeln sie sich über die Seite ein. Auch in drei Wochen. Ansonsten können wir ja noch eine Klappe vormachen, oder? Sirene, wo bist du mit Tools? Welche Devil Tools machst du? Achso, warte. Die Achse hat bei mir jetzt 51. Ah gut, eine 46. Nicht so viel schlechter, habe ich gesagt. Na, ich guck mal. Klappe zu auf den Tod. Ich habe übrigens angemacht, den Kommentaren, dass ich die Sniper Rifle Part, obwohl sie grauer, gescrapt habe. Ja, also das wird es nicht dicht. Klar, was da ist, aber nee. Kann man doch nicht anders. Nee, es geht nicht. Kann ich hier nicht reinsetzen. Construction Tools ist das, ne? Ja, Construction Tools, ja. Nee, richtig, 51 war schon die, ich habe schon mal, ich bin, ich brauche da, also alles gut. Mhm. Warte mal, das Scrap-Ein nehme ich mir mal raus. Wieso? Um diese Hütte zu verstärken oben. Hast du den jetzt schon aufgebracht? Nee. Ich nehme nur die, ich nehme nur die, ich lege nur die Hedge rein, die schmilzt sich wieder. Aber ich würde jetzt das Scrap-Ein nehmen, um oben die Hütte zu verstärken. Na gut. Ist der ein Dippity? Ja. Hast du eingeschlafen? Was ist denn hier? Nee, wieso? Ich verteile gerade meine Punkte. Bin ich, ich habe es, ich crafte gerade und schmeiße was in den Mülleimer. Der Dippity steht hier vor dem Tresor ganz apathisch. Ich himmel den an. Hm. Also auch langfristig brauchen wir auch irgendwie was, ähm, 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 Aussichtsturm hier oben drauf oder so, dass wir von außen so ein bisschen nachhelfen können, wenn die Horde kommt. In der Mitte, in der Mitte von dem, durch den einen, einsetzen. Ah, stimmt. Können wir machen eigentlich. Na gut, wir können hier die Hütte ja ausbauen zum Turm. Weißt du? Was spricht dagegen? Wir müssen uns da abfragen und dann... Es wäre einfach viel cooler wäre, wenn wir noch, äh, noch ein Haus hätten. Gut, das brauchen wir sowieso noch ein Haus. Eben. Das ist ganz schön teuer mit Scrap 1 verstärken hier, ne? Wie viel gehen denn immer weg? Zehn? Zehn, ja. Ja. Der Dippity ist gut. Hör auf, doch, doch, hör auf. Ja. Wie soll ich denn? Boah, Gott. Mann, du hättest den Fack was kaputt gemacht. Ach, Quatsch. Jetzt hab ich schon wieder keinen Scrap 1. Da waren noch viele Punkte. Da war aber auch keins dabei. Doch, fünf. Ja, das bringt gar nichts. Ich muss eigentlich mal ein Bett. Ist hier noch was drin in der Box? Wenn nicht, mach ich mal die Box weg. Ist hier noch mal ein Bett? Hier noch was drin. Nee. Ich schlaf nicht bei euch. Schlaf wie auf den Klo. Ja. Die Zuschauer schreien wegen Lootcontainer. Ist mir egal. Versteh ich gerade nicht? Ja, weil wir... Ja, weil ich die Lootcontainer oben zerschlagen hab, um hier Platz zu machen. Oh, Minias. Ja, weil ich's kann. Was machen? Ist schon okay. Ich schlaf auf dem Klo. Oh. Was schläfst du auf dem Klo? Was hat denn der für ein Problem heute? Was stimmt denn mit dir nicht? Was schläfst du denn auf dem Klo jetzt? Ich möchte... Ich weiß nicht, was mit dem nicht in Ordnung ist. Boah, ich will vor allem mal eine Walltür haben. Da bin ich echt mal gespannt. Oh ja. Oh ja. Bauen wir Stil, ne? Ist das hier so auch Stil? Ist da ein Style drin, Centipity? Ich hab nächste Folge. Keine Ahnung. Du bist doch dran. Keine Ahnung, die Pistole. Ah, sechs Stück. Wann... Wie brauchen wir fünf? Ich mach mal ne Pickaxe. Dann schlagen wir den Tresor auf. Zum Ende der Folge ist das total spannend. Der Tresor ist doch schon offen. Was? Was? Niemals. Ja klar, ich hab ihn gerade aufgeschlagen. Ja. Was ist denn deine Frage? Zweifach dir den aufgeschlagen. Jetzt geht er gucken. Was ist denn deine Frage, Miras? Entschuldigung, dann hab ich jetzt ne... Soll ich's abbrechen, die Pickaxe? Ne. Nein. Nein, brauchst du eh noch. Ich hab jetzt ja auch eine gemacht. Schock's, jetzt hör ich mir vor der Nase die Tür zum Schlangen. Das läuft. Den Newton Shit. Den Newton Shit? Ich würd sagen, so Munition, Waffen und so was, alles machen wir in den Tresor. Ja, gute Idee. Oh, ne Müllkiste. Ich bitte, Thomas, auch. Wir haben jetzt zwei Uhr. Ah, Mann. Ey, da ist ne ganze Küche, wo du reinmüllen kannst. Ich glaub ja, wo du spinnst. Vor der Tür ist ne Müllkiste. Gibt's den richtig? Die ist auch richtig. Echt? Du kannst dich in die ganze Küche müllen. Und rechts hast du auch noch Schränke, wo du dich reinmüllen kannst. Oh, oh. Hoich. Hoich, was können wir draußen reiben? Der draußen ist Anna. Holla, hi, hollo. Hoich, was kommt, was kommt, was kommt, was kommt. Holla, ja. Soll ich mein für uns Liebchen sein. Soll ich ihn ausspinnen lassen, oder? Ja, das einfach ignorieren. Okay. Dann hört das von alleine auf. Wir sind dann schon so weit, ihr Mädels. Wir sind in der zweiten Folge schon. Ja. Was, wir sind schon? Ja, genau, wir machen aber weiter. Ja, alles klar. Gut. Ey, sag mal. Was ist denn? Boah, Mann. Du haust mir die Klappe auf den Kopf. Die ist zugefallen. Ja, du bist auch zugefallen. Du bist eingefallen, so sieht's aus. Einfältig heißt das. Nee, du bist eingefallen. Hast du meine Gesicht gesehen? Komm, meinst du Auto hier mal weg, oder? Die bin ich eingefallen. Hast du ne Ranch? Jo. Muss ich nur kurz reparieren? Kann ich nicht, weil mir Iron fehlt. Ich hab Iron angesetzt. Kannst du nochmal aus den Dings nehmen? Du hast Iron auf. Ich hab Iron angesetzt. Nein, noch hat er ein bisschen Farbe. Ist auch gut, wenn meine Nacht ein bisschen Autos umschrauben ist, ne? Ja, läuft doch. In diesem Sinne mit zärtlichen Klängen der Ranch und spielernden Federn verabschieden wir uns aus einer Folge von 7 Days to Die. Und wir sehen uns dann am Donnerstag wieder und dann werden wir einen Ausflug machen. Wir werden's gleich machen. Du müsstest halt so lange warten, aber das kennt ihr ja schon, die Geschichte. Ja. Labarababa. Ja, genau. Ähm, Codewort ist, ähm, Harlem Shake. Ja. Okay, Harlem Shake. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Tschüss.